Erneute Absage Laura Dahlmeiers gesundheitliche Probleme halten weiter an. Der Heimweltcup in Oberhof findet ohne den deutschen Superstar statt. Bei Sloan Olympiasiegerin Laura Dahlmeier wird in dieser Woche nicht beim Weltcup in Oberhof starten. Weniger ist manchmal mehr, schrieb die siebenmalige Weltmeisterin am Montag in sozialen Netzwerken. Zusammen mit meinen Trainern habe ich mich dazu entschieden, dass es für mich sinnvoller, ist den Heimweltcup in Oberhof auszulassen, erklärte die 25 Jahre alte Skijägerin. Weniger ist manchmal mehr. Zusammen mit meinen Trainern habe ich mich dazu entschieden, dass es für mich sinnvoller. Im Thüringer Wald steht am Donnerstag der Damen und am Freitag der Männersprint auf dem Wettkampfprogramm. Für die Skijäger geht es dann am Samstag mit den Verfolgungsrennen weiter, ehe am Sonntag die Staffelwettbewerbe ausgetragen werden. Oberhof sei natürlich ein absolutes Highlight, erklärte Florian Steirer, der Disziplin-Trainer der deutschen Beisler-Damen. Ich bitte die Fans aber um Verständnis, dass wir uns dazu entschieden haben, dass Laura erst noch einmal einen weiteren Trainingsblock absolviert, ehe sie die nächsten Weltcup-Rennen bestreitet. Neben Dahlmeier wird auch Wander-Sahenz-Krankheitsbedingt nicht am Start sein. Für das Duo wurden Anna Weidel und Nadine Horchler nominiert. Doppel-Olympiasiegerin Dahlmeier war erst kurz vor Weihnachten mit den Plätzen 2 und 5 in Sprint und Verfolgung in Novemesto in den Weltcup zurückgekehrt. Auf den Massenstart-Wettkampf hatte die Garmisch-Partenkirchenrindern verzichtet. Ich bin sehr glücklich, dass es in Novemesto so gut gelaufen ist, muss diesen Winter aber einfach von Tag zu Tag gucken, wie es mir geht und was möglich ist. Zuerst hatten das Garmische Tagplatz und die Münchner TZ über den Dahlmeier-Ausfall berichtet. Mitte Oktober hatte Dahlmeier nach mehreren gesundheitlichen Rückschlägen angekündigt, zunächst kühl zertreten zu müssen. Ihr Immunsystem war zu geschwächt, wie die Ärzte damals mitteilten. Nach der Zwangspause war die Ausnahmeschi-Jägerin erst Anfang November moderat ins Training eingestiegen, um sich an die Belastungen zu gewöhnen. Liebe Leserinnen und Leser! Leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leser-Debatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team